Variable Ventilsteuerung, Valtronic, Benzindirekteinspritzung, High Precision Injection, Bremsenergie, Rückgewöhnung, bedarfsgerechte Steuerung von Nebenaggregaten, Kennfeld geregelte Ölpumpe, Schaltpunktanzeige, Magnesium, Aluminium, Kurbelgehäuse, boah, die Pressemappe vom BMW macht einen wahnsinnig. Rollwiderstandsreduzierte Reifen, Aluminium, Leichtbaufahrwerk, Doppelgelenk, Zugstreben, Vorderachse und Zentrallenker, Hinterachse, Fahrstabilitätsregelung, DSC. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie schwer kann man es sich eigentlich machen? Roadsterfahren ist angesagt im DSF-Motor an der Costa Blanca. DSF-Motor meldet sich aus der Touristenhochburg Benidorm. An der Costa Blanca rösten sich im Sommer bis zu 70.000 Sardinen im spanischen Sand. Heute ist mal Wolfgang dran. Hallo und herzlich willkommen zu DSF-Motor. Ich bin unterwegs in einem Klassiker, an einem Klassiker, Benidorm. Was für ein Urlaubsort. Und ich bin unterwegs mit dem Z4 und ich sage Ihnen eines, dieser BMW Roadster, der verfolgt mich schon seit 1995, als ich damals noch als zarter, junger Mann unterwegs war in Amerika. Wir sind nach Amerika gekommen, um Ihnen den BMW Roadster Z3 vorzustellen. Auf den ersten Blick ein echter BMW mit der breiten Niere und dann eine endlos lange, gewöllte Haube, die sich ein bisschen an die alten E-Types von Jaguar erinnert. Insgesamt sehr dynamisch das ganze Fahrzeug mit breiten, bulligen Radkästen. Da passen auch richtig schöne, dicke Reifen rein. Und nostalgischen Elementen, wie diesen Luftaustrittsöffnungen, die keine Funktion haben, aber gut aussehen. Flache Frontscheibe, flaches Verdeck, übrigens aus Stoff und zu guter Letzt ein Kofferraum, in den sogar was hineinpasst. Nämlich mindestens zwei, drei große Taschen und damit kann man im Z3 sogar verreisen. Insgesamt auf den ersten Blick eine durchdachte Lösung und die Konkurrenz wird sich anstrengen müssen. Die Konkurrenz musste sich zuletzt gar nicht so anstrengen. Mercedes verkaufte vom SLK 2008 fünfmal so viele Autos wie BMW vom Z4. Also wollen es die Münchnern nachmachen. Sie nehmen Abschied vom Stoffverdeck und liefern ab sofort ein Stahlklappdach. Ob das so eine gute Idee ist? Also Abschied vom Turnschuh und nebenbei auch Abschied vom Z4 Coupé. Ein kompromissloses Auto. Eng, hart, laut, nichts für die lange Fahrt, nichts für die Stadt. Da gibt es auch vernünftige Fahrtbewegungsmittel. Man fragt sich also, was macht man damit eigentlich? Ab sofort also zwei Autos in einem Roadster und Coupé im BMW Z4. Also wenn der Mensch die Sonneneinstrahlung hier nicht mehr aushält, dann schaffen es die Sitze hier locker. Die haben nämlich eine spezielle Pigmentierung, die das Aufheizen verhindert. Richtig clever, dieser Z4. Und zum sinnlichen Roadster-Erlebnis gehört natürlich auch der wohlkomponierte Sound eines reinen Sechszylinders. Hören Sie mal. Leicht Gas geben. Er röchelt heiser. Etwas mehr. Er hebt seine Stimme. Das ist genau richtig. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und was so klingt, hat auch Kraft. Er braucht in Zahlen 400 Newtonmeter Drehmoment und das schon ab 1300 Umdrehungen. Das bedeutet richtig viel Durchzug, souveräner Schub, gleich nach Standgasen. Das ist genau das, was man beim Cruisen braucht. Herrlich. Und wenn man so mit niedrigen D-Zahlen dahin schnurrt, braucht man auch wenig Sprit. Ich sage nur Efficient Dynamics. BMW hat es geschafft, dieses 306 PS Auto zu einem Normverbrauch von nur 9,0 Liter zu erziehen. Das ist richtig gut. Und auch unter realen Bedingungen haben wir hier nie mehr als 10 bis 11 Liter gebraucht. Der Z4 ist übrigens eine der letzten Kreationen von BMW-Chef-Designer Chris Spengel. Der Mann ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten, aber auch umstrittensten der Branche. Für die einen ein Picasso, für die anderen einfach nur ein Gaukler. Hier ist der Diskussionsstoff dazu. Chris Spengel polarisiert. Er wühlt auf. Und bringt eine ganze Branche in Aufruhr. Die Pinakothek der Moderne in München. Ein Ort, an dem Kunst und Design zu Hause sind. 2002 eröffnet die Ausstellung The Art of Car Design. Da darf Chris Spengel nicht fehlen. Car Design insbesondere ist ein sehr kunstvoller Bereich von Design. Ich bin überzeugt, Car Design ist Sculpture. 1992 unterschreibt der aus Ohio stammende Chris Spengel bei BMW. Eine gestalterische und strategische Entscheidung. Die Bayern wollen mit der BMW-Fabrik in Spartanburg die USA erobern. Und auch das Design soll die Amerikaner überzeugen. Aber vom Entwurf bis zur Serienfertigung braucht es Jahre. Designers kriegt die Aufgabe. Aber die Studio in der Fitz hier kriegt die Aufgaben. Die machen einen Wettbewerb. Und wenn da ist eine klare Sieger. Und das läuft in einem Siegerprozess. Von sieben Modell zum drei Modell zum zwei Modell. Dann bringen wir die Designers hier in der Fitz. Das final Gefühl von den Modellern hier, von den Ingenieurs hier und so weiter. Das hat wirklich das BMW München Sprache am Ende. Chris Spengels Spengler springt es auf den Punkt. Bei BMW ist jedes neue Modell ein großer Wettbewerb. Drei BMW-Design-Studios weltweit stellen sich dieser Herausforderung. Die zwei Siegerteams dürfen dann zusammen in München das neue Auto entwickeln. Sechs Jahre im Voraus zeichnen und basteln 70 Designer an der nächsten Dreier-, Fünfer- oder Sechser-Generation. Bis das dreidimensionale Tonmodell in Originalgröße entsteht, ist es ein weiter und viel diskutierter Weg. Mit Lackfolie eingekleidet lädt das Modell eigentlich schon zu einer Spritztour ein. Doch so weit ist es noch lange nicht. Erst müssen die Designer, dann der Vorstand seinen Segen geben. Das Auto wird nicht nur gestylt. Es wird tatsächlich von Anfang an geboren mit einem gewissen Look, einer gewissen Personality. Aber auch die Ergonomie muss stimmen. Die Position von Hebeln und Schaltern ist ganz entscheidend für das Wohlbefinden und die Sicherheit. Hier muss das Design der Funktion folgen. Ein gutes Verständnis von der Engineering-Site, der Konstruktion-Site von einem Automobil ist absolut notwendig. Steht das Design, wird das Fahrzeug innerhalb von drei Jahren im Simulator konstruiert. Jedes der knapp 5000 Teile wird in 3D berechnet, letzte Feinheiten am Modell korrigiert. Virtuell ist das Auto jetzt komplett fertig. Konstruktionsfehler in dieser Entwicklungsphase kosten nicht nur richtig Geld, sie beeinflussen das ganze Autoleben. Im nächsten Schritt werden die Teile in Handarbeit gefertigt und zusammengesetzt. Allein der Bau des Prototypen verschlingt ein Budget von mehreren Millionen Euro. Weltweit arbeiten bei BMW etwa 9300 Mitarbeiter an der Forschung und Entwicklung. Ich bin hier auf dem Straßen zu fahren. Die erste Ausfahrt ist schließlich der Höhepunkt. Design in Bewegung ist am schönsten, wenn auch noch getarnt. Emotion, das ist ein Teil unserer Business. 2001 kochen die Emotionen hoch. Die vierte BMW 7er-Generation kommt auf den Markt und stürzt die BMW-Fangemeinde in eine tiefe Sinnkrise. Der Rucksack am Kofferraum spaltet die Autonation. Im Internetforen wird der Rauswurf des BMW-Chef-Designers gefordert und auch die Konkurrenz ist sprachlos. Viele sehen für diesen 7er nur eine Lösung. Hat mich vorher gefallen, gefällt mir heute auch. Also das Auto ist für mich ein extrem berührendes Statement der Präsenz auf der Straße. Und die Verkaufszahlen geben Chris Bangle recht. Das ist der erfolgreichste 7er aller Zeiten. Image ohne Technik vielleicht gibt es nicht und Innovation ist natürlich eine der treibenden Verbindungen. Wir sind die zwei. Mit dem 7er wird 2001 auch das umstrittene iDrive-System vorgestellt. Mittlerweile in der zweiten Generation steht der Dreh- und Drückregler noch immer in der Kritik. Obwohl die Premium-Konkurrenz munter mit MMI und Command nachzieht. Aber das gibt es bei anderen Automobilherstellern. Die probieren einen Trend zu setzen. Manche setzen die Trends, andere fahren hinterher. Die Mercedes S-Klasse bekommt 2005 das Bangle-Hack spendiert. Ich sehe viele Dinge, das sind in der Denkweise, wo wir waren vor ein paar Jahren. Das ist auch immer eine Freude zu sehen. Das andere kommen auf die gleiche Idee. An Selbstbewusstsein mangelt es dem streitbaren Amerikaner nicht. Chris Bangle hat Design-Traditionen gebrochen, neu definiert und damit eine ganze Branche umgekämpelt. Das riesig tiefe historische Fundament der Passion für Car-Design ist immer noch ein wichtiger Element für die Zukunft. Und die zuletzt von Chris Bangle geschaffene Zukunft von BMW sieht wieder richtig gut aus. Das Konzept CS überzeugt auf den ersten Blick und findet hoffentlich den langwierigen Weg in die Serie. Eine ganz neue Interpretation ist die Skulptur Gina, wie aus Stein gemeißelt, aber trotzdem anpassungsfähig. Flexibilität ist oberstes Credo dieser Studie. Offen ist auch Chris Bangle's Zukunft als Industriedesigner. Jetzt will der 52-Jährige in Bologna ein eigenes Studio eröffnen. Warten wir ein bisschen. Sehen wir, wie das kommt. Chris Bangle ist ja ein Mann mit Stil und er hätte sich sicherlich nicht träumen lassen, dass eine seiner Kreationen ausgerechnet mal in Benidorm präsentiert wird. Für mich das Zentrum des touristischen Grauens. Trotzdem fahren hier Millionen von Spaniern und vor allen Dingen Engländern im Sommer hierher. 70.000 Ahlen sich täglich am Strand. Man trinkt im Molli Malone sein Pint und schaut Arsenal gegen Hall. Aber wir sind ja wegen des Z4 hier und der sieht von vorne richtig gut aus. Die Niere steht immer steiler wie beim 7er. Luft-Einlässe ohne Ende. Das begeistert schon die Kleinen. Die Motorhaube endlos lang mit all den kleinen Sicken. Hey, jetzt bräuchten wir Pamela Anderson oder so jemand. Hier so ein Räkeln in der Sonne. Haben wir leider nicht. DSF muss sparen. Wir schauen uns das Gerät von der Länge her an. 15 Zentimeter länger als bisher. Jetzt ist man schon so. In der 4,35 Meter Klasse jede Menge konkave, konvexe Linien, Gürtellinien, Schulterlinien. Alles kreuzt sich. Hier bengelt es noch ein wenig. Das Ganze endet in sehr breiten Pobacken und in einem horizontal aufgeteilten Heck. Da steht er richtig satt auf der Straße mit seinen 17 Zöllern und seinem Doppelrohr-Auspuff. Sehr coole Kofferraumöffnung übrigens. Dann schauen wir doch mal, was reingeht. Uh, ein schwarzes Loch, größer als beim Vorgänger. Hier kann man Reisetaschen reinstopfen, aber definitiv keinen Koffer. Und wenn man offen fahren, muss dieser Gepäckschutz runter und dann wird es richtig eng fürs Gepäck. In nur 20 Sekunden verschwindet das zweiteilige Stahldach im Kofferraum. Knopfdrücken genügt, alles ist vollautomatisch. Aber leider funktioniert das nur im Stand, was ich jetzt wieder ein bisschen spießig finde in so einem edlen ZT-Roads. Dafür legt das den Blick frei aufs edle Ambiente. Der typische BMW-Stil wie in einem edlen Hotel in einer Lounge. Materialien, Verarbeitung, alles auf höchstem Niveau. Aber die Aufpreisliste muss wie immer schwer bedient werden. Tempomat, Park-Distance-Control, Klimaautomatik, alles kostet. Genauso wie das iDrive, das es jetzt im Roadster auch gibt, für knapp 3000 Euro. Und dann klappt leider ein mächtiger Bildschirm in der Mitte aus. Erinnert mich so ein bisschen ans Büro. Turnt irgendwie ab. BMW Z4 S3 35i geschnappt. Das Top-Modell, voll ausgestattet, über 60.000 Euro teuer. Das war 1995 noch günstiger. Der BMW Z4 Jahrgang 2009 hat die Roadster-Gene von seinen Vorgängern definitiv übernommen. Immer noch sitzt man fast auf der Hinterachse und kriegt jede Kurve haargenau mit. Es gibt kaum ein Fahrzeug, in dem man die Querbeschleunigung derzeit so spüren kann. Dieser Z4 ist für Kurven gebaut. Und das liegt an dem langen Radstand, an der breiten Spur, in diesem Fall an extra breiten 19 Zellern. Und auch noch am Sportfahrwerk, dass das Fahrwerk nochmal 10 mm tiefer liegt. Ich behaupte mal, wer spüren will, der kann spüren. Jetzt kann ich die Münze überfahren. Über den 3-Liter-Reihen-Sechszylinder mit Biturbo und Direkteinspritzung brauche ich nicht mehr viel sagen. Den haben wir in DSF Motor schon oft gelobt, in anderen BMW-Modellen. Vielleicht einer der besten Motoren der Welt. Ganz einfach, weil er natürlich mit 306 PS überhaupt keine Mühe hat mit diesen Zweisitzer. Und das Ding in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 katapultiert. Und das Beste ist, das kriegt jeder hin mit der 7-Gang-Sportautomatik mit Doppelkupplung. Das heißt, kein Wandler, obwohl man automatisch fahren kann. Sondern eines dieser angesagten Doppelkupplungsgetriebe, das nicht nur sparsamer, sondern auch schneller schaltet. Man kann übrigens Schaltzeiten, Gasannahme, Dämpfer, Lenkung und auch die Stabilitätskontrolle variieren auf Knopfdruck von Normal über Sport bis Sport Plus und sich so sein eigenes Setup schaffen. Das ist doch mal ein richtiger Fortschritt. Ein Auto für verschiedene Gelegenheiten. Der einzige Wermutstropfen ist vielleicht das höhere Gewicht im Vergleich zu den Vorgängern. 200 Kilogramm hat der neue Z4 zugelegt. Also man sieht, die allgemeine Fettleibigkeit hält auch vor modernen, leichten BMW-Sportwagen nicht halt. Was gibt es für 35.900 Euro? Den meiner Meinung nach schönsten BMW derzeit und die vielleicht schönste Motorhaube überhaupt. Er ist alltagstauglicher geworden, komfortabler, leider auch etwas schwerer, aber nach wie vor auch der dynamische, agile Roadster. Und jeder Fahrer sucht sich sein Setup persönlich per Knopfdruck. Aber ist BMW mit dem Stahlklappdach auf dem richtigen Weg? Ich finde nicht. Ich bin ein Fan des Stoffverdecks. Erstens ist es leichter, damit schneller und sparsamer. Zweitens senkt es damit den Schwerpunkt des Autos und ist besser in den Kurven. Drittens benötigt es weniger Platz, der Kofferraum ist größer. Viertens ist es genauso wintertauglich. Fünftens genauso waschstraßentauglich. Sechstens fast genauso einbruchsicher. Siebtens finde ich, sollte ein Cabrio immer als Cabrio oder Roadster erkennbar sein. Und achtens gibt es etwas Romantischeres als Regentropfen auf einem Stoffverdeck. Und man ist zu zweit in einem Zweisitzer. Da sehe ich die Love Story schon vor meinen Augen. Aber BMW wird schon wissen, was sie tun mit ihrem vernünftigen Stahlklappdach in einem emotionalen Roadster. Wir verabschieden uns aus Benidorm. Wenn Sie mal im Urlaub richtig viele Hochhäuser sehen wollen und Ihnen Manhattan zu teuer ist, kommen Sie hierher. Hier kostet das Bier auch nur einen Euro.